Willkommen zurück Wo komme ich hier noch raus? Komm ich garantiert irgendwie raus Ja ja Ich muss doch da auf jeden Fall drauf kommen Problem Oder bringt das nichts darauf? Doch Genau so ein Ding Oh Upsi Da hin So kehre nach Hause zurück Ah ok Kann ich das das das? Sehr geil Hier schreit ich doch immer noch Das ist Tor Hallo 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 I really know this guy. You really gonna side with him over your own sister? Hey, you should be proud. You raised your child to have proper respect for a good, fair business deal. Oh, now I know you're doing this on purpose. I'm the sister, not the mom. Well, you knew that, didn't you? Sorry, my bad. You come waltzing back in here stinking like dirty Flimborg, of course I'm gonna get distracted. You shouldn't be hanging out with that Flimborg boy, you know? Can't trust that species. Twig's harmless and nice. You're being spacist. And he's not my boyfriend. Yet. Trust me, Flimborgs are bad news. Come on, have my back here. Okay, yeah, you got me there. Thank you. God, I just don't think I can take much more of this guy. What, you think this is easy for me? If I'm pissing you off, at least you can leave. But my legs don't work. I'm stuck listening to your boy trouble every time I'm trying to watch my stories. I can't even get peace and quiet in my own home because there's an alien cripple jerking off on my couch 24-7. Hey, come on. That's a high estimate. Ew. I was kidding. Yeah, me too. I was kidding. We all know I was kidding. Aren't you gonna say anything? Whose side are you on, anyway? Hmm. Hey. All right, I can see I'm being a little bit of a bother. Look, I'll try to keep it down when I'm watching my stories. Just don't put me back on the streets. I really do want to help you. Fine. He can stay. But only until he finds somewhere else to go. I'm grateful. I mean it. But I've already missed half my program, so can everyone just shut the hell up? Ugh. All right. That's enough excitement for one day. You got more bounties to get to, kid. And you might want to check out the pawn shop to see what you can spend your new payout on. Oof, that was tense. It's times like these I'm almost relieved I don't have any family left alive. But not really. I miss them a lot. Hey, just so you know, you can use the Bounty 5000 to revisit any planet you've been before. There are portal doors all over. You can just use them whenever and grind for money, look for loot, you miss. Whatever. Up to you. Just don't I tell you. Douglas. Ah, come. Ab rein da. Ab rein in die Hölle. Wäre bald wir Gin und Lizzie behalten. So einen schmalen Grat, glaube ich, finden. Oh Gott. Oh Gott. Hier nicht Zeug, das ist gut. So, was haben wir denn hier, Freundes? Einspielung auf Dune? Oh. Oh, shit, Griebels. Look at them go. They eat up broken ship parts. Does it taste good? I have no idea. I'm not about to give it a taste test. Heck. Sind die hässlich. So. Oh, was suchen wir jetzt hier eigentlich? Oh, was suchen wir jetzt hier eigentlich? Now we're talking? Now, you see that little speck of a town out there? This is a little speck of a piece of shit out there. That's called Old Town. Although they ain't no old people there, but it's still called Old Town. I mean, it was old before. It was new. But we're gonna go there, right? It was the first settlement out here. Like pre-G3. Who have to pass through there? I heard scavengers used to suck in freighters with a big magnet and loot their cargo. So, you know, I mean, this place is fucked, you know, Port Turin. Here we are. I know what the after lights say. I don't know. Yeah, the G3 don't officially run things out. Oh, Kingstand erhalten. Wilsackbabies online. Oh, du, wirst du jetzt hier Zeit, die Webseiten zu verbringen. Sich von ihnen in den Kopf verderben zu lassen, okay. Oh, hier schrupfeln, der Korn. Na, komm. Weg. Hello again. Look who's back, baby. Good back, baby. Na, komm. Good, yeah. Yes, yes, of course. I love you boys and ladies. Na, komm. You ever been to the desert before? It sucks. There's just not a lot of good shit here. Like a Black Friday sale. You get there late, and you miss all the good stuff. You don't have your size. No, I'm not gonna laugh. Shit is on the floor. You know, some people are fighting over stuff. That's what the desert is. No good shit here. You're smart enough not to hop into that toxic green shit, right? Right? They are still sending motherfuckers. Why? Why? Ready, bounty hunter? This is not quite a lot of weird stuff here. Not gonna let me take a break. Come on, let's get a move on. We haven't even reached Old Town yet, and that place is straight up Snoovesville. Like, it's nappy time. Every time you go there, it's nap time. We gotta get the drag town where it's poppin', baby. Three, four, one deal with Best Buy this week. No problem. Oh, you need my help, huh? Hey, 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 what's out? Sandworm warning. Always want to see one of those guys up close. It will kill us though. You mind telling me, why the hell we're in this asset? Sandworm warning. Old Town's just past this bridge. You can't miss it. Here is the Anspiel of Dune. Habe ich noch Scheibe? Äh, ich habe keine Warp-Scheibe. Gut. Dann gehen wir erstmal nach Old Town. Da sehe ich so eine bunte Kante, da kriege ich garantiert hin. Ching. Da brauche ich hin. Irgendwas hier rum. Nö. Aber hier. Oh, I can't believe what we have here. Ah, ich habe keinen Bock mit euch zu diskutieren. Hey, 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 hey. Oh, I can't believe what we have here. Hey, what's your big deal, you? What's your big deal, bro? Oh, idiot. Holy shit, those guys are intense. You know, you could have killed them, right? I would have been fine with that, I think. Oh, don't mind us deadlock locks. We're just rifling around here. You gots real quick. Hi, 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 hi. Hi, 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 hi. Hi, 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 hi. Hi, hi, hi. Ja, komm her. Na? Oh. Na ja, kein Problem, hab ich vorher auch schon genutzt. ist eine heiße wand komm ich hier hin erstmal mal gucken ich würde die so gerne töten aber nein ich bin so schlecht ja lebt lebt wo liegt er mich dahin aber sie beide aus das spiel abgeschmiert ist ja alter ich will jetzt hier lang komm ich jetzt da hin jetzt müssen wir jetzt eine kiste hier 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 essa woher woher er Oh, I got it, I got it. Old Town is the Old Town and Drag Town is the New Town. Old Town has heart. Used to serve a real purpose for the people. Drag Town is just a pit of debauchery and drugs. The consigned G3 cartel. Okay. Just, 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 that's a question I want to ask. Do you know where Douglas is at? Douglas? The G3 fella? Oh, he's a rough one. Never seen somebody drink as much as him. Why, just last night, nobody. I shouldn't speak out of turn. The G3 don't like that none and I don't like them. Just head down to Drag Town. I'm sure you'll find them. Okay, vou scratch out. Well, where is the entrance to Drag Town? Oh, that's easy. You just go through this gate, pop in the Old Town and shoot straight down the main strip. You can't miss the big Drag Town entrance. It's a real goddamn eyesore. Wish they ain't getting rid of it. I'll open the gate for you. Hey, Grundy, we are pissyated. Pun intended. That's old wet, Grundy. And of course, open it against my whole job. It's why I'm here. I'm happy to do it for some charm and your whippish numbers like you. Yeah, can I know or what? Warum nennt man dich? So, let me ask why they call you old wet, Grundy, or does it speak for itself? It's because I'm old and I piss myself every day. I'm doing it right now. You're pissing yourself right now. You're pissing yourself right now. Oh, yeah. Big time. It's still going. Oh, this is the cool one. Alles klar. Ja. Hallo. Hey, uh, don't forget to use my Globshot, you know? Ja. Das. Killing these weak fucks doesn't do anything for me. You know what? I just have a weird, mysterious feeling that there's probably some more G3 causing trouble. You know, somewhere around town. We should, we should maybe deal with it. Thank you so much for saving me. Oh my God, thank you. Oh, but you know what? I kinda, I kinda think that I fucked him. So now I, I don't know. I'm gonna go think about that. See you later. Da ist er ein bisschen rumgewummelt. Fuck. Was haben wir noch hier? Oh, ma'am. Shit, we lost them! I'm gonna turn you into a vaporous vasso-constraff. Hey, look at that weirdo scary pal. Oh Gut. Weg mit dir. Gut. Oh, ich muss gerade noch ein bisschen konzentrieren. Was ist passiert? Okay. Ich denke, das sind alle. Was denkst du? Either way. Let's just head to Drecktown. So. Gut. Genau, hoch hier. Oder auch nicht. Was ist mit euch eigentlich nicht richtig? Mein Name ist Kento. Ihr habt wahrscheinlich über mich gehört. Ich gehe zu all den Town Hall-Meetings und klinge über all die G3-Rekruite. Ah, okay. Wir sind fertig? Okay, okay. Ich bin gut. Ich werde hier einfach meine nächste Gespräche schreiben. Oh. Und sonst? Da ist die Kiste. Da ist eine heiße Wand. So. So, holen wir uns die Kiste. Ich brauche die Kiste. Zack, weg. Eine heiße Wand. Eine heiße Wand. Schau, hier. Mehr Drunk Recruise. Weg. Hier kommen noch mehr. Und das. Ja, ja. Die G3-Rekruise müssen auf ihre Erkrankung aufstehen. Haha. Bäm, bäm, bäm. Alle kaputt. Ich weiß nicht. Dreh da. Dreh da. Dreh da. Dreh da. Dreh da. Ich habe aber auch noch eine Kisse. So, hier ist es ein. Alles klar, ich habe verstanden. So, kommen wir irgendwie? Wir müssen doch hier erstmal erkunden. Oh, da habe ich mir was mit angefallen. Muss doch irgendwas geben. Ich bin Dax. Weg. Okay, was kriegen wir? Geil. Müllsackbabys, okay. Ich gehe wieder zurück. Das kriegen wir schon hin. Was ist das? Schaden? Ich habe das Gefühl, ich muss hier irgendwo rein. Okay. 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 Wow! Habe du all die Probleme mit... Oh, willst du mit mir sprechen? Hast du einige Fragen für mich? Ähm... Okay. Machst du deinen Job? Okay. Okay. Wie magst du, 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 du... ...haber in Dregtown? Oh, natürlich. Es gibt immer viel cooles Sachen, zu tun. Gambi, Shows, Dachsing-Straight-Bullets. Diese haben Zubles, die ein großes Show auf der Hauptstelle. Ich gehe mal sehen und frage ihn, dass du meine Dachstelle heiraten kannst. Du hast nur einen Schuss, du weißt. Okay. Gehen wir mal durch. Okay. Oh, du gehst nach Dregtown? Es ist viel cooler als die alten Stadt. Die alten Stadt ist ein blödsackes Lack. Ich werde dir das sagen. Ich liebe die alten Stadt. Ich stehe hier nur, zu sagen, wie viel die alten Stadt ist. Das ist das, was ich mache. Das ist mein cooles... Das ist mein Schuss. Okay, jetzt fahren wir den Dreg-Fahrstuhl. Das ist nö. Ja? Gehen wir ihn. Ja? Das ist ein Musik- poetic vonem Neus. Ja? Ich bin ein Bounty Hunter. Hier komme ich hin. Ich komme einfach hin. Ich gehe mal durch, ohne Stress zu machen. Draußen alles abgeschlachtet. Hier drin. Ich erinnere mich keiner. Bye. Bye. Oh. Oh. Family Business. kann man hier was kaufen ich glaube nicht ich glaube nicht Oh da ist eine Kiste. Komme ich da ran? Ja. Dass du bist hier in Anspielung auf Cyberpunk Ich fühl jetzt keinen Stress. Vielleicht gibt es ja noch irgendwas lustiges zu entdecken. Hier ist nichts, hier ist auch nichts. Douglas. Ja ja mach mal. Oh! Oh! Isn't this place great? A whole city hanging under an asteroid. You can really get away with a lot of crime down here. Hey! It's cool we got other plans, but don't forget... Uh oh! Haha! It looks like the G3 are having some greeble trouble. Yeah! Oh ho! Bling! Okay! Shit! I guess let's just kill them all! Ich will gleich jemand mitgenommen. Another way! Uh! If only they were all this week, you know! Okay! Schön und auch geschossen. Wollen wir noch fragen? Fuck you G3 Scum! Warte! Oh! Oh! Das ist so ein bisschen... Eieieieie! Krallende hatte! So! Da ist der Kopf hin! I- 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 I'm the- I'm the one who's sick! I'm the one who's sick! Damn! Not so?! Oh, what the... ... Get back to Stoy! Get my air here! Oh, I'm the two who's sick! Oh, I'm the one who's sick! noch fragen? öh, warum sind keine fragen mehr? die Bälle ist erst benötigt, wenn ich die Kristalli rausnehmen kann genau, niemand wird dich vermissen die Bälle sind die Bälle sind die Bälle sind die Bälle sind Oh, kann ich noch ein Ding haben mit dem Namen hier? I hope joining the G3 was worth it. Fangen. Ihr seid ultra nervig. Genau, so ist die Wende vorbei. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis denn, ciao.